Ich bitte einmal anzuführen, die Katalogpuppe 77, für mich die herausragende Spitzenkuh in dieser Klasse. Eine Kuh, die ihr sofort ins Auge fällt, durch ihre Ausstrahlung, durch ihre Regenpräsenz, durch ihren Milchcharakter, durch ihr super feines, klares Skelett. Sie hat genügend Brustbreite, sie ist schön tief, sie ist schön offen in der Rippe, sie hat einen sehr schönen Rippenabstand, eine sehr schöne Rippenwölbung, sie ist sehr schön gespannt in der Oberlinie, sie hat ein sehr gut gelagertes Becken und mit sehr flachen Knochen ausgestattet im Sprunggelenk. Und sie verfügt über das beste Euter dieser Klasse hier, sehr ausbalanciert, sehr breit und sehr hoch angesetzt im Hinter-Euter, ebenfalls im Vorder-Euter-Bereich, mit einer sehr guten Strichverteilung unter den Vierteln und ebenfalls einer sehr guten Behaterung am Euter. Hier mehr an Ausdruck, an Milchstüben, an der Grund, sie vor Katalog Nummer 78 zu platzieren, diese weiße Kuh, die ich noch einen Platz nach vorne geholt habe, eine sehr kapitale, kraftvolle Kuh mit sehr viel Brustbreite und Brusttiefe und sie hat einen doch höheren Euterboden und vor allen Dingen mehr Hinter-Euterhöhe und Hinter-Euterbreite als diese dunkelrote Kuh, Katalog Nummer 84. Katalog Nummer 84, eine Kuh, die sich auf sehr guten Fundamenten bewegt. Sie zeigt mir hier sehr viel Milchcharakter, sie hat ebenfalls eine schöne, offene Rippe, sie ist eine tiefe Rippe und sie ist heute einfach etwas besser in ihrem Sonntagskleid als Katalog Nummer 80. Sie strahlt etwas mehr Fläche aus, etwas mehr Milchcharakter, den ich gern bei einer Schau sehen möchte. Katalog Nummer 80, aufgrund des Mehrkörpers, eine kraftvolle Kuh mit einem sehr festen, sehr guten Mittelstück, ein sehr guter Becken, Nierentatie und sie läuft aufgrund des höheren Euterbodens und der Mehrbeaderung im Euter vor der Katalog Nummer 75. Katalog Nummer 75, aufgrund der Festigkeit des Vor-Euters geht sie vor der dunklen Kuh hier, vor Katalog Nummer 87, äh 67, 87, ja, die 87, diese dunkelrote Kuh, aufgrund ihrer Geschlossenheit im Körper, der besseren Beckenlage und der etwas mehr Körpertiefe vor Katalog Nummer 79 und Katalog Nummer 79 aufgrund des fesseren Vorderäuters und vor allen Dingen der Strichlänge vor Katalog Nummer 85 und Katalog Nummer 85 aufgrund von mehr Milchstüben heute vor Katalog Nummer 83, die diese Klasse Dauerleistungskühe rot und abschließt. Vielen Dank und ich darf Ihnen einen herzlichen Applaus für die Beschicker bitten. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.